So, hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Nioh. Wir haben einen interessanten Gegner gerade. Äh, Aufnahme läuft, oder? Ja, Aufnahme läuft, perfekt. Dann... Wieso ist der Kleine denn nicht zurückgeschickt worden? Wurde augenscheinlich nicht gespeichert. Naja. Wir haben einen Gegner, der ziemlich ätzend ist. Ishida Mitsunari. Und, äh, ja. Es ist... Es ist halt ein Bosskampf. Wir werden den schon irgendwann platt kriegen. Ich hoffe in dieser Folge. Ich zeige jetzt einfach nochmal die Sequenz, weil ist ja quasi... Neue Folge, kann man sich das nochmal ansehen. Ich werde nicht mehr, wenn man sie verholt. Und, äh, sie ist nicht mehr, wenn man sich das nicht mehr verholt. Ich kann nicht mehr, wenn man hier verholt. Ich werde den Todes-Geräusch verletzen. Ich werde den Todes-Geräusch über den Gehirn-Geräusch verletzen. Ich werde den Todes-Geräusch geben, wie ich dich für die Zeit verletzen werde. Ich werde den Todes-Geräusch überwenden, die in der Welt verletzen werden. ja und das ist er jetzt wo ich bin bisschen raus noch aber es wird schon so kurz mich wieder an die muss gewöhnen das problem ist dass der kerl hat eine ziemlich hohe reichweite hat aua ok er macht die nummer jetzt wird es schwierig weil er immer das gleiche macht so wie es aussieht kacke ich bin sowas von tot alter schwede der macht einen schaden der kerl ich darf halt auch wenn er diese wenn er in die phase 2 mit dem wind wieder geht darf ich eigentlich nicht weit weg von ihm bleiben weil dann bombardiert er mich nur noch mit diesen angriffen und das ist ja auch keine lösung boah nee der kerl hat aber auch einen schlag am leib problem ist halt er ist auch nur gegen blitz anfällig ich hätte vielleicht einen blitzschuss talisman mitnehmen sollen ja ich habe es nachgeguckt dass er gegen blitz anfällig ist so schnell meine schutzgeister wieder einsammeln das problem ist ich kann ihn halt nicht unterbrechen mit nichts das ist echt problematisch was das macht er schon in phase 1 das habe ich bisher noch gar nicht so erlebt ich dachte das macht er erst auf phase 2 was war das denn aua für einen moment ich glaube ich tausche jetzt wirklich meine feuerschuss durch blitzschuss talismana aus sind ab lexier nehme ich gerne mit so jutsu bereit machen wozu habe ich das ding ja egal feuerschuss talisman bringt mir nicht viel blitzschuss talisman hingegen schon so ein bisschen weil der kerl halt empfindlich gegen blitze ist und so habe ich dann wenigstens eine geringe chance dem wenigstens am anfang ein bisschen schaden mit den blitzen zu machen möglicherweise habe ich keine waffe mit blitz aber wir werden es schon irgendwie hinkriegen okay jetzt mit den letzten trifft er auf einmal wieder okay ich versuche mal ihn zu kontern hat nicht gut geklappt moment kann ich glaube ich nicht ich habe es jetzt paar mal versucht es hat nicht funktioniert so gar nicht oh scheiße ich habe meine schutzgeister verloren na gut jetzt sind sie wieder da aber trotzdem das ist echt deprimierend aber wir kriegen es schon hin irgendwie wird das betonung liegt auf irgendwie ich frage mich vor allem woran festgemacht wird in welche richtung der diese wirbelteile am anfang feuert also weil das scheint immer sehr zufällig zu sein manchmal trifft er einen manchmal nicht jetzt macht das schon wieder jetzt hat er mich getroffen Problem ist halt auch der verdammte winddebuff oh der ist umgefallen was okay das hatte ich jetzt gerade mal richtig unterschätzt wie viel schaden er macht oh kacke also ich weiß ich kriege auf jeden fall sicher zwei treffer mit dem blitz talisman auf ihn drauf und dann naja muss ich ausweichen aua von ein treffer und ich habe den winddebuff drauf das ist scheiße lass mich wenigstens mal kurz meine schutzgeister einsammeln den kann ich zwar blocken aber ich kriege trotzdem schaden und es bringt halt nichts auf dauer oh wow geile sache so weil ich der sack einfach aus boah dieser angriff ist ätzend wieso hat er mich da noch erwischt ich bin doch ausgewichen ich habe keine ahnung was ich jetzt hier noch machen soll wow problem ist sowas ist zum beispiel ein großes problem alter schwede diese phase ist ja mal richtig ätzend du kommst halt nicht an ihn ran und vor allem er ging nachdem er das zweite mal seinen schutzgeister verloren hat extrem schnell wieder in diesen modus zurück und ich habe halt eigentlich die ganze zeit diesen verdammten winddebuff drauf also es ist nicht einfach ganz und gar nicht einfach ich habe nur kurz geschaut wie lange die folge eigentlich schon geht und beim ersten mal habe ich noch gesagt ach der ist eigentlich unumachbar okay wow was natürlich das macht er einfach mal eben so mittendrin ich lebe noch was ernsthaft da macht er das jetzt zum dritten mal in der ersten phase okay da war jetzt rng echt nicht auf meiner seite ich könnte auch versuchen ihn einfach mit der mit dem bogen einen headshot zu verpassen direkt am anfang aber ich bezweifle dass das viel ausrichtet aber ich kann es mal ausprobieren gerade mit den guten pfeilen wenn ich nicht so ein blödsinn hier mache also der ist echt nicht ohne der kerl aber es ist machbar man kann ihn besiegen es ist nur nicht einfach also klar bei dem das einfachste ist versuch hinter ihn zu kommen nur man hat schon so ein bisschen schiss mit ihm im nahkampf zu stehen okay jetzt hat er mich damit erwischt und ich habe direkt den winddebuff drauf problem ist das einmal schlechtes timing und das ein richtig großes problem ist das also gut aber dass er ist Boah, wie hat er mich denn damit noch erwischt? Komm weg von der Wand. Komm, einmal noch den. Wir haben ihn. Geschafft. Der hat sogar noch weiter gefeuert, nachdem wir ihn besiegt hatten. Weil die Animation schon angefangen hat. Okay. Rüstung der Ritterlichkeit. Rüstung der Ritterlichkeit. Das sieht aus nach Sachen, die ziemlich... Moment, ich gucke erst mal, was das für Ausrüstungsgegenstände sind. Ist das irgendwas... Daichi, Daiman, Daikichi. Ja. Ist die Rüstung von Mitsunari. Warte, was macht das Ding? Schadensreduktion, Fähigkeitsschaden, Nachtregen. Verteidigung erhöhen. Ach, mit Isonar. Isonar kriegen wir wahrscheinlich jetzt. Verme Smith-Kaufler-Kaufler-Kaufler-Kaufler-Kaufler-Kaufler-Kaufler-Kaufler-Kaufler-Kaufler-Kaufler. Moment, da agencies嗅, hier. Ja. Chi padaخر temamy werden. Deine 의� twenty extended. Bis zum nächsten Mal. Das ist die Abstraufeają profit. S不要 ray schlands Chat. S wiederumzin monthsятся. 吹雪山の冷水 これで光成殿も Das war's für heute. Ich bin mit ihm zu spüren. Das war nur das Gehaut von Gehaut, und mit dem Familien zu gehen. Der Bild von Hide吉 hat das Ereignes Gäste gegründet. Mal, es war mir die Zeit. Wenn, der Mann nicht mit dem Hide吉 kreieren wird, was ich was seltsam? Das war's für mich. Das war's für mich. Nein. Ich werde das Land nicht mehr verletzt, weil ich ihn nicht mehr verletzt habe. Besessen von Isona durch Geistteilung. Okay, interessanter Werdegang. Aber wir haben ein neues Ziel. Und jetzt definitiv erst noch ein paar Nebenmissionen. Ein entweiter heiliger Berg. Nachdem ich meinen Meister getötet habe, lebe ich nur noch weiter, um diesem Land endlich Frieden zu verhelfen. Sir Anjin, ich flere dich an, halte Kelly auf und bereite diesem sinnlosen Krieg ein Ende. Die Mission Eine größere Harmonie wurde zum Dojo hinzugefügt. Zwielichtmission Böses in der Luft freigeschaltet. Mission und Zwielichtmission geändert. Dann werde ich jetzt erst einmal schauen, was wir denn so an Amrita Erinnerungen gekriegt haben. Gedanken, Amrita. Personen. Die Besiegten und Treue über alles. Die Besiegten. Das Schicksal hat nur wenige angenehme Überraschungen für die in der Schlacht Besiegten. Die meisten Soldaten, die mit dem Leben davon kommen, finden ein anderes schreckliches Ende. Selbst wenn ein Mann versucht, vom Schlachtfeld zu kriechen, stehen die Chancen schlecht, dass er vom Feind unbemerkt bleibt. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Sieger entfinden, ihm all seine Habseligkeiten nehmen und seinen Kopf von seinem Körper trennen. Treue über alles. Ishida Jibunosho Mitsunari ist ein weiser und begabter Mann, der seinem Herrn, dem Fürsten Hideyoshi, schon von seit jungen Jahren an diente. Als erwachsener Mann mied er das Rampenlicht, um die Herrschaft Hideyoshis aus den Schatten heraus zu lenken. Obwohl ihm sein Hang zu schonungsloser Ehrlichkeit mehr Feinde als Verbündete einbrachte, sagen manche, dass die bedingungslose Treue gegenüber seinem Herrn und seine Hingabe für die Gerechtigkeit das Wesen eines wahren Samurai verkörpern. Hintergrund, jetzt haben wir hier... Der Berg Ibuki wurde schon seit den Tagen, als die Götter auf der Erde wandelten, als heiliger Berg verehrt. Seine Erhabenheit hat selbst jetzt noch Bestand, da sich umherstreifende Soldaten und Yokai, die dem Geruch von Blut folgen, zwischen seinen Gipfeln niedergelassen haben. Das heilige Wasser vom Fuße des Berges soll Leiden jeglicher Art kurieren, ein Schluck und Körper und Geist werden sofort gereinigt. Mehr gibt's hier nicht. Schutzgeist-Illustrationen. Das heißt, ich kann jetzt wieder ganz nach hinten... Wir haben Isona. Ey, das ist ein Fuchs tatsächlich. Ein geflochtener Fuchs. Füchse sind in Japan als Diener des Gottes der Ernte bekannt. Man schreibt ihnen mystische Kräfte zu. Füchse, die über solche Kräfte verfügen, sind stolze Wesen und setzen ihre Macht darin nur selten für den Menschen ein. Wenn sie aber einen Menschen als Meister akzeptieren, sind sie ihm völlig treu ergeben. Isona sind da keine Ausnahme. Wenn überhaupt, gelten hier noch striktere Maßstäbe, wem ein Isona folgt. Ein Isona akzeptiert nur jemanden, der wie er stolzfähig und dem eigenen Meister treu ergeben ist. Das hatten wir schon alles. Geschichte von Nioh kann ich mal kurz durchgehen. Da haben wir jetzt auch einfach nur Treu und Allgemeinwohl und Mitsunaris Verwandlung. Charakter verzeichnet. Das heißt, wir haben jetzt garantiert was für Mitsunari gekriegt. Nachdem seine Seite die Schlacht von Sikigahara verloren hatte, wurde Mitsunari von Kelly betrogen. Er wurde kurzzeitig zu einem Oni, aber durch die Reinigung mit dem geheiligten Wasser des Ibukiyama kam er wieder zu Sinnen. Obwohl er von Kelly für dessen unmenschliches Ziel benutzt wurde, Amrita als Waffe einzusetzen, verlor Mitsunari nie sein Ziel aus den Augen. Eine schöne Welt, in der alle entsprechend ihrer Verantwortung lebten. Okay, ich würde aber sagen, dann mache ich jetzt hier einen Schnitt. Mal kurz speichern. Und wir sind zur nächsten Folge wieder. Haben wir ihn erledigt. Also dann, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Das konstruktive Kritik, vielleicht ein Däumchen nach oben da. Und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Nioh. Cheerio! Und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Nioh.